ich habe mal story da war mal einer hier auf so parkplatz ging da und hier hat er geile frage sehen hier was ein ding hier die brauche ich hier die will ich hier ja bis hin und her gebappelt und das sind dann da bei dem das auto da neu oder bis hier umgeknutscht rumgefummelt da hier t-shirt aus und so ein paar schöne dinge apple und hier von einmal an geht er auch bis ich doch weg tiefer denkt er ist in die stimmt doch da was das ist so komisch was ist und so kenne ich gar nicht so und da ist er da bauen sie die kneipe gekommen und dann er gedacht erzählt hier hier ich habe gedacht dass wir ein typ hier dass ich da um operieren lassen da vielleicht und so wäre er erzählt so da hat gesagt dass wir ganz merkwürdig gewesen verdienen und sagen ja immer nur die weibe abgeschleppt da hier und jetzt hat er da so ein ex mann da gehabt wo jetzt ist kein frau und das wollte ich euch mal erzähle jeder die kurze story ist dann macht es mal gut hier leute